Hallo Freunde des gepflegten Lärms oder der erlesenen Qualen zu unserem ersten Unboxing. Auf Deutsch heißt es ja Entschachteln und es ist doch tatsächlich in vier Jahren das erste Entschachteln auf diesem Kanal. Und heute geht es natürlich um diese Box hier, die habe ich euch hier hergestellt, um die Celtic Frost Deluxe Vinyl Edition. Und ich weiß, fast jeder hat das auf YouTube schon gemacht. Ich habe mittlerweile selber schon fünf oder sechs Mal das Unboxing von dieser Celtic Frost Vinyl Ausgabe gesehen. Und es stellt sich natürlich die Frage, warum ich das machen sollte. Aber im Gegensatz zu anderen habe ich mir das Ding hier selber gekauft. Die anderen haben das geschickt bekommen und deswegen ist das hier auch keine Werbeausgabe, also keine Werbesendung, sondern eine Fanboy-Sendung sozusagen. Und andere Sender sind eben andere Sender und Allgäu-Dom ist Allgäu-Dom. Und ich bin euer guter alter Onkel Krempe. Und wenn ihr die Sachen schon kennt, die da drin sind, das ist jetzt nun kein Geheimnis mehr. Die Gazetten haben darüber geschrieben und wie gesagt, viele YouTuber haben diese Box schon ausgepackt. Und was soll da Großüberraschendes dabei sein? Für mich ist es ja so, ich bin jetzt nicht mehr so der Vinyl-Nerd. Ich bin ein Musik-Nerd, aber ich bin nicht unbedingt ein Vinyl-Nerd. Mein Hauptaugenmerk gilt den CDs. Das hat verschiedene Gründe, spielt auch gar keine Rolle. Aber immer wenn so etwas rauskommt hier. Und diese Box ist im Gegensatz zu anderen Boxen meiner Meinung nach das Geld wert. Natürlich, es kostet irgendetwas. Die gibt es auch als CD, als 5-CD-Box mit Poster, mit allen möglichen Schnicki-Schnacki. Aber das ist eben nicht dasselbe wie eine Vinyl-Box. Und wenn es sich um die wichtigsten Bands in meiner ganzen Sammlung oder in meinem ganzen Musikverständnis dreht, wenn also eine der wichtigsten Bands wie Celtic Frost so eine Box bekommt, und dafür ist Celtic Frost ja gar nicht verantwortlich, sondern BGM, die haben eine große Firma, die haben von Neues Records, wo Celtic Frost in den 80ern drauf war, die Rechte gekauft. Tom Warrior hat diese Rechte gar nicht. Und es ist ja immer so, wenn einer eine Box bekommt ohne eigenes Zutun, dann ist das wie ein Ritterschlag. Und ich glaube, es ist unbenommen, dass Celtic Frost zu den wichtigsten und größten Bands und ikonischsten Bands im ganzen Metal-Zirkus, in der ganzen Metal-Geschichte gelten. Und für mich ist Celtic Frost sowieso eine besondere Band. Mein Spätzl, mein Kumpel Tosi, mit dem ich die 80er Jahre sozusagen durchritten habe, der war vom ersten Augenblick, wo die Morbid Tales rauskamen, ein absolut großer Fan vorher schon mit diesen Hellhämmer-Sachen. Celtic Frost entstieg Hellhämmer, wie wir alle wissen. Und der Quantensprung ist völlig, der ist da. Also Hellhämmer kann man mögen aufgrund seiner Primitivität. Ich habe hier eine Hellhämmer-Sendung schon gemacht. Aber dann von Apocalyptic Raids zu Morbid Tales, das ist ein Quantensprung, ohne aber die Trademarks von Hellhämmer irgendwie aufzugeben. Also es ist ja auch im Grunde keine neue Band, die Tom Warrior und hier Martin Eric Ayn. Das sind ja die zwei Gründerväter, die auch schon bei Hellhämmer dann waren, die eben Celtic Frost aus der Taufe gehoben haben, weil Hellhämmer irgendwie einen schlechten Ruf hatte, weil man mit Hellhämmer nicht glaubte, Fuß fassen zu können. Weil man sich immer fragt, wieso hat die Band sich eigentlich umbenannt? Die hätten doch mit Hellhämmer weitermachen können. Aber Tom hat mal in einem Interview gesagt, das ist ganz einfach. Hellhämmer hatte so einen schlechten Ruf als miese Band, als primitive Band, als Band, die nichts taugt. Und sie hätten, wenn sie so weitergemacht hätten, keinen Fuß mehr in die Tür bekommen. Und natürlich wusste man auch, dass Celtic Frost die Jungs von Hellhämmer sind. Und deswegen hatte auch Celtic Frost am Anfang keinen guten Start. Aber wer Tom kennt, der ist durch alle Unbilden hindurchgegangen wie durch Butter und hat eben diese leckere Band aus dem Raum gezaubert. Und die ist eigentlich kurzlebig. Klar, mit 2006 Monotheist hat man nochmal nachgelegt. Und jetzt ist es natürlich Triptikon. Und ich glaube, jetzt ist Tom endlich zur Ruhe gekommen mit Triptikon. Hat sein Bandgefüge, wie er es sich immer gewünscht hat. Und konnte alles fortführen, was er mit Hellhämmer begonnen hat. Aber es ist unbenommen diese Band hier, Celtic Frost, die sozusagen in der ganzen Szene Furore gemacht hat. Und die mit Bathory und mit Venom zusammen, also diese drei Triangel, das Bösen bildet, beziehungsweise Death Metal und Black Metal und auch dem Doom Death Metal. Celtic Frost steht meiner Meinung nach dem Doom Death Metal näher als dem Black Metal. Ja, mit auf die Sprünge geholfen haben. Und jetzt schauen wir uns mal an, was da drin ist. Wie gesagt, das werdet ihr vielleicht wahrscheinlich schon wissen. Aber ich lasse es mir jetzt nicht nehmen. Die von mir gekaufte Box, nicht geschenkte Box, für euch auszupacken, packen, zu packen. Und natürlich hier das Poster. Das fängt schon mal an mit einem geilen Poster, dass man sich natürlich nie auf die Wand hängen wird, weil man möchte ja nichts zerstören. Und das Geile an dem Poster ist, hier ist das eine. Das ist das erste Fotoshooting, das erste Fotoshooting, was sie überhaupt gemacht haben. Die klassische Variante. 1984 und hinten drauf ist dann die Endversion von Celtic Frost 87. Sozusagen der Anfang und das Ende der Band, dieser kongenialen Band. Und das erste Fotoshooting hier, das war irgendwo in der Schweiz. Und die Band kam zu einem Fotografen, der eigentlich nur Hochzeiten macht und Partyfotografien macht und all solche Dinge. Und der Fotograf hat sowas überhaupt noch nie gesehen. Und trotzdem ist sowas Ikonisches dabei rausgekommen. Und für Tom war das, wie er gesagt hat, vielleicht weil es seine erste Session war, die schönste Session, die er überhaupt jemals hatte. Die schönste Fotosession. Und manchmal ist es ja so, wie Hellhammer oder die Musiker damals in den 80er Jahren ja auch sozusagen unbescholten an die Dinge herangingen, irgendwie mit einer gewissen Naivität. Dass hier auch der Fotograf unbescholten an irgendwelche Dinge und ohne, dass er sich bei anderen ikonischen Fotografien Inspirierung, Inspiration holen konnte. Und so kommen dann immer solche Sachen raus. Das ist natürlich manchmal gut, wenn man irgendwie von vornherein irgendwie gar nicht weiß, mit was man es zu tun hat. Also dieses schöne große Poster. Und dann natürlich ein Buch, ein Booklet. Darns Makaber heißt die Box überhaupt. Das habe ich aber noch gar nicht gesagt. Darns Makaber. Das passt hervorragend als Titel für diese Box. Und hier ist ein Morbid Tail seit Ecfrost 1984 bis 1987. Und ja, jetzt kann man sich natürlich auch irgendwie fragen, warum hat man nicht Vanity Nemesis und Cold Lake mit reingepackt. Der Punkt ist ganz einfach der, bei dieser Box soll es darum gehen, die klassische Zeitspanne, die klassische Ära von Celtic Frost aufzuforsten über Cold Lake. Und Vanity Nemesis kann man geruhigt den Mantel des Schweigens breiten, weil Cold Lake ist natürlich ein Rohrkrepierer. Auch wenn es weitaus nicht so schlecht ist, wie es dann mitunter gemacht wird, ist es natürlich kein Album, das eigentlich zum Kanon von Celtic Frost passt. Aber es ist nun mal da. Und Vanity Nemesis, ja, ist einfach nur belanglos. Und Monotheist war ja dann schon längst nicht mehr die klassische Besetzung von Celtic Frost. Und hier in diesem Booklet gibt es natürlich Interviews und wie es meistens so ist, man guckt, was man noch im Repertoire hat an ikonischen Fotografien. Und so aus der Anfangszeit eben, wo Hellhammer sich dann 84, 85 zu Celtic Frost gemausert haben. Manche Fotos sind wahrscheinlich noch in Bunker Hill entstanden, wo Hellhammer eben den Proberaum hatte. Und hier Interviews, wie es halt eben so ist, hat Tom Chi in dieser verflexten Pose, fast schon ein bisschen posig, wie Tom hier agiert. Auf jeden Fall wunderbar. Wie das halt immer so ist, wenn man Fan von einer Band ist und dann so ikonische Fotografien hat, schön in diesem Vinyl-Format. Das ist eben genau das gleiche Format, wie eben die Cover vom Vinyl auch sind, in der gleichen Größe. Und das ist natürlich ganz hervorragend geeignet für Rock'n'Roll-Fotografie. Hier auch, ne? Viele Bilder von denen kennt man. Und hier die Interviews mit allen Mitgliedern, beziehungsweise auch mit dem Mark St. Reed, der ja noch lebt. Martin Ayn ist ja vor ungefähr fünf Jahren gestorben. Und der Mark St. Reed, der lebt noch. Und der hat sich auch ein bisschen darum gekümmert mit dem Tom. Und das ist auch das Schöne. Die Plattenfirma hat eben bei Celtic Frost, beziehungsweise bei Tom nachgefragt, ob er Lust hat, das Ganze zu kuratieren. Oder eben, wie es eigentlich auch sein sollte, dass man die Band mit einbezieht. Das ist längst nicht selbstverständlich, dass man die Band mit einbezieht, wenn man hier so ein Special rausgibt. Dann haben wir hier eine Single. Wie gesagt, ich finde die Box hervorragend. Also im Gegensatz zu anderen Boxen. Ich habe die Venom-Box damals, hätte ich eigentlich kaufen sollen. Habe ich aus Gründen nicht gemacht, weil erstens mal habe ich die Platten und die CDs. Und ich habe einige Poster von Venom. Und ich war mit der Box an sich selbst nicht zufrieden. Deswegen habe ich sie nicht gekauft. Hier ist wirklich mal eine Box, die ihr Geld verdient hat. Hier ist drauf Visual Aggression im 1988er-Remix. Journey into Fear auf der Rückseite, schön in Grau. Und auf dem Cover ist eben Martin Ayn, der eben verstorben ist. Und der mit Tom im Endeffekt das Gesicht und das Herz und die Seele von Celtic Frost ist oder war. Und dann haben wir natürlich hier die Schmuckstücke. Das sind die Vinyls. Da haben wir die The Collectors Celtic Frost. Die sind auch alle schön farbig und unterschiedlich. Also ich finde das ja auch immer schön, dass man Vinyl in unterschiedlichsten Variationen heute machen kann. Also es ist ja auch wirklich schön, hier dieser dämonische Kopf. Und da ist Into the Chapel, In the Chapel, In the Chapel, In the Moonlight drauf. Und das ist eine Dean Martin Nummer, eine gecoverte Dean Martin Nummer. Und es ist ja so, In the Chapel, In the Moonlight, hört sich tatsächlich an wie ein Celtic Frost Song. Also es passt irgendwie zur Thematik. Und ich glaube, das war auch der Grund dafür, warum Martin und Tom gesagt haben, sie wollen In the Chapel, In the Moonlight von Dean Martin zu einem Celtic Frost Song machen. Hier drauf, wunderbar, hervorragend. Und wie gesagt, das meiste davon ist auch schon längst vergriffen oder kostet Mondpreise auf Discogs, wenn man es kauft. Dann die EPs. Also es ist das ganze Programm drauf. Also es ist wirklich alles da. Da ist der ganze Katalog von 84 bis 87. Hier mit der 7-Inch I Want Dance. Das ist aus der Into the Pandemonium, also die dritte LP eigentlich ausgekoppelt. Da ist auf der Seite A, I Want Dance. Und dann One in Their Pride and Sorrows of the Moon. Man hat in den 80ern noch wahnsinnig viele 7-Inches rausgebracht. Dingenskir, meine Güte. Venom haben das ja auch gerne gemacht. Da gibt es ja wahnsinnig viele 7-Inches. Und hier, In the Chapel, In the Moonlight, in diesem weiß-schwarz, ja, Splatter ist das ja eigentlich nicht, aber verwischten, wunderbar. Und dann auch mit diesem wunderbaren ästhetischen Cover. Dann haben wir hier die Dragic Serenades. Eine weitere 7-Inch, da ist der Usurper drauf. To Rethrone und Return to the Eve. Also auch ganz großartig hier die Jungs. Also das ist alles, was sie damals veröffentlicht hatten. Wirklich rausgebracht. Ich finde es einfach nur geil. Und es ist ja eben auch, eben, man hat das Vinyl schön. Hier ist es ein bisschen, naja, es ist nicht weiß. Es ist ein bisschen rosa eben. Auch Splatterig, ja, so eher verschmiert als Splatterig. Aber einfach schön. Deswegen kauft man sich ja eigentlich auch Vinyl. Nicht alle. Manche kaufen sich einfach nur das Straight Schwarz, was auch völlig in Ordnung ist. Aber es ist ja eben das Schöne, dass man heute mit Vinyl alles Mögliche machen kann. Und jetzt kommen wir natürlich zu den Klassikern hier. Muss ich mal gucken, die sind ein bisschen ungeordnet. Hier, The Emperor's Return. Das ist natürlich auch diese wunderbare Bildsprache. Also die hatten ja am Anfang richtig geile Cover auch. Und dann später auch mit Giga. Nur, weil Tom ja auch eine Freundschaft mit dem Giga verbannt. Aber hier ist eben Circle of the Tyrants, Morbid Tales, Dethroned Emperor, Visual Aggression und Suicidal Wins drauf. Ein absoluter Klassiker vor dem Herrn. Und eine der besten Metal-Scheiben aller Zeiten. Auch wenn es nur eine EP ist. Wir haben dann, jetzt fangen wir mal hier von vorne an. Darum geht es ja hier. Die erste Scheibe. Und ich habe bei Hellhammer, glaube ich, gesagt, dass, fälschlicherweise gesagt, dass Celtic Frost mit zwei EPs gestartet sind. Und gemeint waren natürlich die beiden. Das ist halt, im Laufe der Zeit bürgert sich das so ein. Weil meistens die, auf CD zum Beispiel, die Emperor's Return, einfach auf die Morbid Tales irgendwie draufgepackt wird. Und das über Jahre so geblieben ist, dass sich das in meinem Hirn eingeschweißt hat, dass es eigentlich zwei EPs wären. Das waren natürlich nicht so. Celtic Frost hat in dieser klassischen Besetzung drei LPs gemacht. Und eine davon. Und die erste ist natürlich die Morbid Tales. Das ist ein vollwertiges Album. Und auch hier, diese ikonischen Bilder hinten drauf, in der klassischen Besetzung mit Tom Warrior, Martin Ayn. Und eben nicht, also, der Mark St. Reed war hier noch nicht drauf. Da war noch der Session-Drummer, der Steve Priestley, drauf. Und auch Martin Ayn war eigentlich auf dieser Platte verhindert. Und also, es kamen immer wieder Musiker hinzu. Aber natürlich, die klassische Besetzung ist Tom Warrior, Mark St. Reed und, ne, Martin, Martin, Eric, Entschuldigung, Entschuldigung. Martin Eric Ayn und Mark St. Reed. Das ist eigentlich der Kern von Celtic Frost, auch wenn immer mal wieder irgendwelche Musiker ausgetauscht und ausgeholfen haben hier irgendwie, wenn der ein oder andere keinen Platz hat. Hier ist Steve Priestley drauf. Und Human. Into the Crypts of Raids. Vision of Mortality. Dethroned Emperor. Morbid Tales. Procreation of the Wicked. Halter Schwede. Return to the Eve. Dance. Makaber. Eben der Titelgeber für die ganze Box. Und Nocturnal Fear. Und auch hier. Ja, das gibt es auch als Backpatch. Das ist ein Statement. Das ganze Cover ist ein Statement. Und dann haben wir hier Two Megatherion Scheiße nochmal. Da ist jetzt HR Giga mit dem berühmten Gemälde Satan 1. Und ich glaube, von dem Zeitpunkt an hat Tom auch mit Giga freundschaftlich angebandelt. Und das Ding hier ist ein wirkliches Meisterwerk. Ich meine, klar, das hier ist auch schon ein Meisterwerk. Die zwei Sachen sind auf jeden Fall Meisterwerke. Two Megatherion. Und hier zeigt sich eben, was Celtic Frost so besonders macht. Das ist halt auch, wie Tom die Gitarre spielt. Das ist ähnlich wie bei Quarles und bei Bathory, was das wirklich ikonische ist. Wie Tom die Riffs aneinander reiht, Töne aneinander reiht und wie die Gitarre klingt. Das klingt und klang damals nicht so wie Celtic Frost. Und dann eben mit diesen Doom-Elementen. Also Celtic Frost sind ja, wenn man sagt Venom, haben namentlich zum Beispiel Black Metal erfunden, den Thresh Metal, Speed Metal, Power Metal irgendwie alles mal in den Ring geworfen. Also unabhängig davon, ob sie es jetzt waren oder sind. Bei Celtic Frost kann man sagen, es ist Gothic Metal, es ist Orchestral Metal. Sie haben in Thresh Metal Bedeutendes geleistet. Und im Death Metal eben auch. Und im Doom Metal eben auch. Also all das, was Venom jetzt nicht in den Ring geworfen hat, hat Celtic Frost irgendwie auf die Beine gebracht. Aber, um nochmal zu dem anzuschließen, was ich am Anfang gesagt habe, mir stand Celtic Frost immer näher dem Death Metal oder dem Death Doom als dem Black Metal, für das sie dann eigentlich auch irgendwie gerupft wurden. Oder mittlerweile macht Celtic Frost oder Tom auch seinen Frieden damit, für die Black Metal Szene sozusagen wichtig zu sein. Und es ist natürlich auch klar, die okkulten Texte sind da, die Bildsprache ist da. Aber musikalisch ist es nicht immer so. Man kann das, es ist aber auch nicht nicht so. Also das meine ich jetzt damit nicht. Aber für mich ist eben der Death Doom irgendwie, der führt, geht hier zurück. Denn auch wenn sie Celtic Frost ihren Sound selber oft genug auch Death Metal genannt haben, um wieder anzuschließen an eine Sendung, die ich schon gemacht habe, wo es darum ging eben, auch bei Hellhammer glaube ich, woher der Begriff Death Metal kommt, von Possessed oder von Hellhammer. Tatsächlich ist es schwer zu sagen, aber Celtic Frost und Tom G. Warrior sind für mich eigentlich die Begründer dessen, was dann später Death Metal wurde. Death Doom mindestens mal. Das hier ist ein absolutes Meisterwerk. Und dann kommt eine, die dritte und erfolgreichste Platte eigentlich der klassischen Ära. Und witzigerweise ist die Band genau da zerbrochen. Hier haben wir Into the Pandemonium mit dem Gemälde von Hieronymus Bosch, die Hölle eben. Wieder, das ist wirklich ein geiler Ausschnitt aus diesem Höllengemälde. Und dann eben auch sehr, sehr mutig. Ein sehr experimentelles Album. Und ich glaube, das Album war auch dafür verantwortlich, dass man Celtic Frost als Avantgarde Metal damals bezeichnet hat. Was damals im Metal gar nicht ging, das war Elektronik und Frauenstimmen. Und genau all das finden wir hier. Und nicht nur Frauenstimmen und Elektronik und Industrielsachen, sondern auch ein ganzes Orchester. Und es war natürlich schwierig für Celtic Frost, die von professionellen Musikern immer wieder belächelt und belacht wurden, denen überhaupt im Studio klarzumachen, was sie spielen sollen. Weil keiner der Musiker kann Noten schreiben, eine Partitur schreiben. Und die klassischen Musiker, die waren natürlich total brüskiert, was sie da mit solchen Lärmbrüdern irgendwie im Studio machen sollten. Aber Into the Pandemonium ist natürlich eines der fortschrittlichsten Alben der damaligen Metal-Geschichte gewesen. Unglaublich erfolgreich auch, weil es Grenzen sprengte. Wir haben hier auf der Seite A, es beginnt gleich mit Mexican Radio, eine Cover-Version von der New Wave Band Wall of Voodoo. Und das ist schon mal mutig von einer Band, die eigentlich vorher diese brachialen, doomigen Death-Sounds irgendwie rausgebracht haben. Aber damit endet das Ganze natürlich nicht. Wie gesagt, hier bei Rex E. Ray, beim Requiem ist die, ja, ist das Orchester dabei, aber nicht so, wie man es denkt, dass das Orchester, wie man dann verschiedene Zusammenkünfte zwischen Metal und Orchester irgendwie, das ist ganz anders eingebettet. Da ist eine Geige eingebettet. Im Endeffekt ist es, das Orchester macht eigentlich nur den Raum auf, diesen Bombast auf für den eigentlichen wimmernden Gesang. Und das ist auch was, was auf diesem Album, im Gegensatz zu den anderen, drauf ist, dieses wimmernde, weinerliche Stellenweise, dass Tom eben nicht seine Grunts und Oh und Hey und Uh, sondern eben auch, äh, 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 dieses Gewimmer, das, also es ist ein sehr, sehr mutiges Album und es hat mit Sicherheit viele Fans damals verstört. Nichtsdestotrotz ist es auch für sich ein Meisterwerk, auch wenn ich manche Sachen da drauf nicht hören kann, die elektronischen Sachen, die kann ich eigentlich nicht hören, während der Rest eigentlich ganz gut ist und auch das weinerliche, was ich normalerweise nicht mag, eigentlich hier ganz gut ist, ähm, ist es trotzdem für mich ein schwieriges Album geblieben, auch wenn es seine Momente hat und seine Wirkung auf die Metal-Geschichte natürlich, äh, brachial ist, muss man sagen. Aber, wie gesagt, die Band ist auch gleich daran zerbrochen, weil Noise Records, das war ja ein Scheißverein, die haben Celtic Frost ständig boykottiert. Die haben irgendwie den Toningenieur bezahlt dafür, dass er die Spuren sabotiert. Die haben von der Band verlangt, irgendwas zu machen, wie Slayer und Exodus, Metal, Thrash-Metal, wo man kennt, wo die Fans nicht überrascht sind, wo man, das wo eben damals in den Mitte der 80er Jahren State of the Art waren. Und wer Tom kennt, der war nie interessiert daran, ein enges Korsett, sich in ein enges Korsett reinzupflegen, sondern der war an Musik generell interessiert. Und es ist ja klar, dass die ganzen Einflüsse sich irgendwann mal hier wiederfinden mussten. Aber die Plattenfirmen wollten damals ein Nummer-Sicher-Album. Und wenn man sich so angehört hätte wie Slayer oder was eben damals der beginnende Thrash-Metal war, dann wäre man zufrieden gewesen, weil man eben auf Nummer-Sicher gegangen wäre. Und das hat sich Tom nicht nehmen lassen, hier dieses Wagnis einzugehen, das dann auch gleichzeitig der Durchbruch war. Aber Neuss hat dann auch eine Tournee gecancelt oder wollte eigentlich überhaupt nichts für die Band tun. Und an diesem ganzen Dilemma ist die Band dann, trotz ihres größten Erfolges bis dahin, für das sie gekämpft haben, auch erst mal zerbrochen. So kann es manchmal gehen. So, das waren jetzt die Vinyl-Sachen. Dann haben wir hier noch einen Patch, einen Celtic Frost-Patch, der niemals auf meine Kutte wahrscheinlich kommt, der immer hier bleiben wird. Das ist ja auch das Dilemma, wenn man so ein Box-Set hat. Dann kauft man sich die Sachen ja nicht, um sie irgendwo weiter zu verwurschteln. Wir haben hier dann den Pin. Es gibt einen schönen, geilen Pin, der auch nie auf meiner Kutte erscheinen wird. Und das Goodie ist eben diese Kassette hier aus dem Bunker Hills noch. Aus dem Grave Hill Bunker Rehearsals. Das ist eigentlich original nachgemacht, wie es damals war, mit vier Songs drauf. Und eigentlich ist das gar kein Demo, sondern es ist, die Celtic Frost haben dazu geneigt, damals ihre Proberaum, also ihre Proben mitzuschneiden und sie jedem mitzugeben, damit man zu Hause weiter proben und weiter feilen kann an dem Sound. Und es gab unzählige dieser Kassetten, aber keine war irgendwie weiter zu verwerten. Die waren alle schon in einem desolaten Zustand. Aber außer diesen vier Liedern, und so ist das natürlich ein wunderbares Zeitdokument, und diese Original-Replika der Bunker Hill, der Grave Hill Bunker Rehearsals, diese vier Songs nochmal zu hören, die Anfänge, die blutigen, embryonalen Anfänge von Celtic Frost hier mitzuverfolgen. Ganz großartig. Und last but not least, haben wir hier auch noch den Celtic Frost MP3-Stick, oder beziehungsweise, wie heißt das Ding, was man in meinen Computer reinsteckt, ne? Ja, ist ein MP3-Stick, oder? Oder ist halt ein MP3 nicht, aber ist halt ein Stick. Und da ist die ganze Mucke nochmal drauf, dass man, ja, die Platten nicht spielen muss, und ja, die Kassette nicht anlangen muss. Ist alles hier drauf, Mucke. So, das ist die Box. Leck mich am Arsch, oder? Das ist wirklich gut. Und, äh, ja, eine der wenigen Box-Sets, die ich besitze, ne? Also ich hab schon, ich bin nicht so der Fan davon, manchmal Kohle auszugeben, obwohl ich schon Fan davon bin. Aber ich muss ehrlich sagen, hier habe ich gleich zugegriffen, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmte. Aber eben, ich muss es nochmal betonen, ich hab's nicht geschenkt bekommen wie viele, denn ich bin Fan und ich hab's mir gekauft. Und, äh, ja, und freu mich jetzt. Und ich weiß nicht, ob ich's vielleicht nicht einmal abspielen werde, alles. Oder ob ich eben auf diesen Stickle zurückgreife. So, da habt ihr's. Heute ist Mittwoch. Heute habt ihr das erste Entschachteln miterlebt. Und, äh, ja, am Freitag kommt wieder das Album der Woche. Und dann seid dabei, wenn am 18. Äh, fucking Jingle Bells Weihnachten mit der Crew über den, über den Ladentisch läuft. Und, äh, wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert den Kanal. Und, äh, richtet euch ein, vergesst nicht am 18. Um 18 Uhr fucking Jingle Bells. Bis dahin, keep on rockin'.